Das sind total verschiedene Sachen. Sie haben Gesundheitsbereiche, Mechanik, Elektronik. Sehr, sehr interessant. Das ist sehr spannend auch zu sehen. Das braucht Konzentration, Präzision. Die jungen Leute sind total konzentriert auf den Job. Sie haben Frist zu respektieren und am Ende, das muss funktionieren. Das ist eine Kraft der Schweiz, unser Dualsystem. Und ich denke, das ist unbedingt nötig, zu zeigen, was wir machen können. Das ist auch wichtig.